100 Bourbon Whisky. Ist das der richtige Whisky für dich? Das verrate ich dir in einer Minute. Ich bin der Rumschnacker-Verträglich und ob der Whisky zu dir passt, das sage ich dir jetzt. 700 Milliliter, 45 Volt, also nichts für den Einsteiger. Hier hast du vor allem eine würzige Note, da hier auch sehr viel Roggenanteil in dem Bourbon ist. 51% Mais, ganz viel Rogge dazu, Rogge, Schwarzbrot, Weißbrot, leicht zu überdenken, kannst du viel von dem Fass schmecken. Zusätzlich ein bisschen Vanille in der Mischung, hervorragend kräftig, nicht für den Einsteiger, der Jack Daniels-Fan kommt nicht auf seine Kosten. Alle anderen werden hier ihren Spaß haben und pur ist er auch ein Gedicht. Viel Vergnügen!